Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zum Finale der YouTuber-Sticker-WM. Und damit seid recht herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors-Video. Ja, ich habe es tatsächlich ins Finale geschafft bei dieser kleinen YouTuber-Sticker-WM und treffe dort auf Hendrik Schuster. Wenn ihr euch den Weg ins Finale nochmal anschauen möchtet und auch alles rund um dieses Turnier erfahren wollt, dann seien euch die in der Videobeschreibung verlinkten bisherigen Videos ans Herz gelegt. Dort und vor allen Dingen im ersten Video erfahrt ihr auch alles zu den Spielregeln dieses Turniers. Für alle, die heute das erste Mal eingeschaltet haben, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, vorneweg. Im Finale wird mit fünf Stickertüten gespielt. Aus diesen fünf Stickertüten wähle ich den aus meiner persönlichen Sicht besten Spieler aus. Hendrik macht genau das Gleiche mit seinen fünf Stickertüten und die beiden von uns ausgewählten Spieler treten dann gegeneinander an und ihr entscheidet per Abstimmung, welcher von beiden der bessere Spieler ist. Den Abstimmungslink findet ihr in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, es geht um den besseren Sticker, nicht darum, welcher YouTube-Kanal euch besser gefällt. Von daher seid entsprechend fair und stimmt ausschließlich für den aus eurer Sicht besseren Sticker ab. So, jetzt wollen wir aber doch mal schauen, wen wir da ins Rennen schicken können gegen Hendrik. Und beginnen mal mit unseren fünf Stickertüten. Es geht los mit Nikola Kalinic aus Kroatien. Dann haben wir Dongwon Ji aus Südkorea. Noch ein südkoreanischer Spieler mit Huisun Yang. Karim Ansafrath aus dem Iran. Und Iji Kawashima aus Japan. Da war jetzt aus meiner Sicht noch nicht wirklich jemand dabei, der sich für ein Duell eignet. Von daher hoffen wir mal, dass das in den anderen vier Stickertüten noch besser wird. So, da haben wir Jan Vertongen, der kommt dafür schon eher in Frage. Dann José Jiménez aus Uruguay. Mauro Icardi aus Argentinien. Douglas Costa aus Brasilien. Und Oribe Peralta aus Mexiko. Das war doch jetzt schon ein deutlich besseres Päckchen. Wir kommen zum dritten. Das beginnt mit Hakim Mizzirch für Marokko. Dann haben wir Heechan Wang, Südkorea. Theophilo Guitieres für Kolumbien. Nawaf Al-Abed, Saudi-Arabien. Und Arnoy irgendwie Trautasson für Island. Das ist jetzt eher wieder weniger geeignet. Dann schauen wir mal ins vierte Päckchen. Das beginnt mit Thomas Müller. Da haben wir doch mal jemanden, den wir ins Duell schicken können. Und noch ein deutscher Spieler mit Mesut Özil. Und Jonas Hector. Was ist das denn für ein Päckchen? Das deutsche Päckchen. Und Antonio Rukavina, ja auch aus der Bundesliga bekannt. Und Dusan Tadic, ebenfalls für Serbien. Also das hatte ich persönlich bisher noch nicht. Drei deutsche Spieler in einem Päckchen. Kommt fürs Finale gerade recht. Im Gegensatz zu dem Sticker. Denn ein Logo bringt uns natürlich nicht weiter. Auch wenn es ein schöner Glitzersticker ist. Hier mit dem Logo von Frankreich. Dann haben wir Jefferson Fafan für Peru. Auch noch ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Birkir Sevason, Island. Edison Cavani für Uruguay. Und Carlos Caseda ebenfalls für Peru. Und hier sicherlich Edison Cavani. Jemand, den man berücksichtigen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses deutsche Päckchen hat es mir auf jeden Fall angetan. Und ich sehe da eigentlich auch keinen besseren, der sich für ein Duell eignet, als Thomas Müller, der uns bei der WM hoffentlich auch wieder weit bringen wird durch seine Tore. Von daher nominiere ich in diesem Finale für das Duell gegen Hendrik Thomas Müller. Ich bin sehr gespannt, wen Hendrik ins Rennen schickt. Solltet ihr sein Video noch nicht gesehen haben, dann schaut euch das zunächst noch an. Und anschließend geht es dann zur Abstimmung. Beide Links, also den zu seinem Video und den zur Abstimmung, findet ihr wie gesagt in der Videobeschreibung. Und dann schauen wir mal, wer das Rennen machen wird. Ich für meinen Teil danke euch fürs Zuschauen und das aktive Mitmachen. Hoffe euch haben diese kleinen interaktiven Duelle gefallen. Wenn ja, lasst doch noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr das bisher noch nicht gemacht habt. Sofern ihr mehr zu Stickern und Trading Cards sehen wollt, seid ihr recht herzlich eingeladen, den Kanal zu abonnieren. Ich freue mich über jeden, der neu dazukommt und sich hier an den Diskussionen beteiligt. Das war das Finale der YouTuber Sticker WM und damit auch erstmal das letzte Video aus dieser Serie. Wenn ihr mehr solcher Duelle sehen wollt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, tschüss.